Alles Geld, alle Beziehungen, alles Materielle, was wir draußen haben oder nicht haben, ist letzten Endes eine Folge dessen, was wir mit unserem Gehirn getan oder nicht getan haben. Und insofern ist sinngemäß die wertvollste Investition, die wir überhaupt tun können, eine Investition immer in unser Gehirn und natürlich in unseren Körper. Wie kann man denn jetzt aber, wenn man unsicher ist, wenn man voller Ängste ist, wenn man keine Ahnung hat, was man in diesem Leben wirklich will und so weiter, wie kann man in seine Energie kommen und wie kann man vor allem herausfinden, was man wirklich will? Und das, was ich dir jetzt rüberreiche, dafür habe ich Jahrzehnte gebraucht. Und diese Erkenntnisse konnte ich nur gewinnen, weil ich von Anfang an mit Menschen vor Ort in Kleingruppen-Intensivworkshops gearbeitet habe und zwar oft über Wochen, über Monate, zum Teil mit denselben Menschen bis zu drei Jahre lang. Und das geht noch ein? Und da wird es wieder gef Lakern. Aber keine Ahnung. Vielen Dank.